Es ist Feiertag in den Vereinigten Staaten und dementsprechend natürlich nicht besonders viel los. Die New York Stock Exchange und auch der Nasdaq beide haben zu. Nichtsdestotrotz sehen wir das hier jetzt ein bisschen Bewegung. Haben wir natürlich schon noch hier die Futures, die laufen, wenn auch natürlich dann entsprechend dünn, weil nicht wirklich nachhaltig. Im Moment sieht es für den heutigen Nachmittag eher eine Abwärtsseite aus, also eher etwas nicht optimal für die bullische Seite. Aber noch ist Hopfen und Malz nicht verloren, noch kann sich das Ganze auch positiv auflösen. Ich würde Bewegungen dieser Art, die jetzt heute stattfinden, bei deutlich geringerem Volumen nicht ganz so hoch einschätzen oder wichtig und relevant einschätzen, sondern immer davon ausgehen, naja, jetzt gucken wir mal, wenn die Börse wieder aufmacht. Also für den heutigen Memorial Day hier in Amerika vielleicht von der Seite aus nicht so viel zu erwarten. Insgesamt allerdings, die Woche rechne ich schon persönlich damit, dass wir eine realistische Chance haben, dass dieser Anstieg, der ja noch so halbwegs fünffällig hier anmutet, das ist natürlich erstmal nur so eine grobe Idee. Aber dass wir hier einen Rücksetzer zu erwarten haben, finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Das würde sich nicht mal mit bullischen Gedanken beißen. Nachher kann es ja durchaus weiter nach oben gehen. Aber erstmal ein Rücksetzer, der täte da schon Not. Und wenn wir da schon gerade da dran sind, können wir auch mal gucken. Alleine diese Bewegung hier, die würde ohne weiteres ja mal reichen. Zumindest bis zu diesem Tief. Das ist sowieso ein Klassiker, die 38-20er Marke. Also für den Future, in dem Fall den Juni-Kontrakt, 34.169. Das wäre etwas in etwa, mit dem man sowieso rechnen sollte. Dass das also nicht wirklich überrascht, wenn der Kurs bis dahin nochmal runter geht. Wie passt das eigentlich zusammen mit dem Tief hier und dem Tief da? Ja, das würde im Prinzip nur dann funktionieren, wenn diese Bewegung hier eine untergeordnete ist. Sprich, wir hier eine große Bewegung haben, hier dann eine Gegenbewegung und eine Fortsetzung, aber untergeordnete Art und Weise. Noch nicht ganz vom Tisch ist nämlich noch Folgendes. Nämlich, dass der Kurs hier gar nicht dreht in diesem Bereich, sondern dass der Kurs sagt, wieso? Wir haben doch ein klassisches Bild. Zack, Schub runter, eine ABC nach oben, wenn auch weit gediehen. Aber einmal noch runter geht auch. Auch wundern würde mich das Ganze ebenfalls nicht so sehr. Auch das wäre ein sehr typisches charttechnisches Verhalten. Und das Entscheidende wird jetzt sein, ob wir hier mit Beschleunigung runtergehen und wackelig nach oben oder ob es dann doch eher wackelig hier runter geht. Das wäre dann eher das Zeichen. Ah, okay, vielleicht doch hier wieder Halt machen. Vielleicht kein Thema für heute. Wir werden das im Laufe der Woche im Auge behalten. Aber für euch jetzt schon mal ein bisschen zum Vormerken. Gleiches gilt natürlich im Wesentlichen für den S&P 500. Hier der entsprechende Future dazu. Ihr könnt euch das Ganze ausmalen. Wenn auch hier aufgrund der höheren Situation hier. Wir sind hier viel dichter dran an der Marke. Viele von euch wissen, ich mag die 78er in dem Zusammenhang. 78, 6er Fibonacci Marke. Geht er nämlich da drüber und das hat er ja hier stabil auch geschafft durchaus. Dann wird das Bild, dass das ein Schupe ist, dass eine ABC Bewegung wird und das hier runter geht, nicht unmöglich. Das ist nicht das Thema, aber es wird halt deutlich weniger. Wahrscheinlich viele von euch kennen meine komischen Verlaufskurven ungefähr dieser Art. Ich kann es auch nochmal zeigen, wie es in hübsch aussieht. Das sind quasi diese Kurven. Und da kann man in etwa ablesen, wie weit die zweite Welle dann im Verhältnis zur ersten Welle korrigiert. Und dann seht ihr schon 80 Prozent oder 78,6, fast das Gleiche. Das ist halt nicht so sehr typisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass vorher das gesehen wird, ist größer. Jetzt kann man ja auf die Idee kommen. Ja, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dann jetzt endlich dreht. So darf man das nicht auffassen, sondern man muss es auffassen. Wahrscheinlich ist es dann gar kein Zigzag. Und wenn es kein Zigzag ist, dann ist es eben auch nicht die Bewegung, die ich hier eingezeichnet habe. Und dementsprechend müssen wir mit etwas ganz anderem rechnen. Denn das wiederum würde für das bullische Bild sprechen. Also sprich, dass wir zwar auch hier nochmal einmal runterkommen, dann allerdings irgendwann wieder den nächsten Aufwärtsarm hier bekommen. Und die x-te Fortsetzung nach oben, den Bullen sei Dank hier ein Markt mit steigenden Kursen. Also das gilt es abzuwarten. Achtet darauf, geht es hier mit Schub oder nicht. Das werden wir uns im Detail im Laufe dieser Woche wahrscheinlich mehrmals noch angucken. Denn das ist das alles entscheidende Thema, wenn es hier um die Märkte geht. Ansonsten gibt es eigentlich noch einen Blick auf den DAX zu werfen. Auch der ist heute sicherlich eher harmlos unterwegs. Wir wissen, dass viele institutionelle Händler, wenn Amerika Feiertag hat, sagen, oh, dann mache ich auch einen Tag frei. Oder es ist Notprogramm, man hält sich ein bisschen mehr zurück. Das trifft natürlich alle anderen Märkte ebenfalls. Ich gehe dementsprechend davon aus, dass auch hier beim DAX heute im Laufe des Nachmittags sowieso nicht mehr wirklich viel passiert, sondern man einfach mal wartet, wie es denn dann ordentlich morgen Nachmittag weitergeht, wenn die Amerikaner quasi wieder da sind. Ja, viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Entsprechend gibt es heute auch keinen Trade des Tages. Das würde nicht so arg viel Sinn machen, ab morgen dann natürlich wieder. Also perfekte Zeit eigentlich, sich dafür anzumelden, damit ihr rechtzeitig informiert werdet. Wenn wir hier was sehen, einen Trade mit konkreten Einstiegs- und Ausstiegsmarken, deshalb rechtzeitig anmelden, damit ihr die Nachrichten dann pünktlich auf den Tisch bekommt und dann nichts verpasst und dann nachher sagt, ah, wäre vielleicht auch nett gewesen. Das gleiche gilt natürlich für Born for Trading. Ebenfalls hier ein Link dazu mit weiteren Informationen. Beides kostenfrei. Einfach mal ausprobieren. Es kostet nichts, wenn es euch nicht gefällt. Auslaufen lassen das Ganze oder im Zweifelsfall eben abmelden, wenn ihr sagt, das ist nun gar nichts für mich. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße. Toi, toi, toi für den heutigen Markt. Ich drücke euch die Daumen. Bis zum nächsten Mal.